Was ist das wertvollste hier in diesem Garten? Die Tomaten geben mir eine wertvolle Ernte an süßen, aromatischen, saftigen Tomaten. Kein Vergleich zu den Wasserballons, die man im Supermarkt kauft. Aber die sind es nicht, sie sind nur ein Resultat. Das wertvollste in diesem Garten finden wir hier unten. Es ist das Mulchmaterial, welches das Bodenleben füttert und dadurch ein fruchtbarer Boden entsteht. Und das ist die Grundlage für ein gesundes Pflanzenwachstum. Jetzt im Herbst wird sehr viel organisches Material anfallen. Laub, Astrückschnitte, Grasschnitt, vertrocknete Pflanzenteile. Und das nicht nur vom eigenen Garten, sondern auch von denen deiner Nachbarn. Und bevor jetzt schon wieder Leute Zweifel hegen, weil es doch wenig mit einem Permakulturkreislauf hat, weil man halt jetzt wieder von den Nachbarn organisches Material abzieht und die ihren Kreislauf nicht schließen können. Und da auch wieder die Leute, die würden ja so oder so das ganze organische Material wegfahren. Also entweder zum Wertstoffhof oder zum Acker von einem Landwirten, der es auch bei sich wieder einarbeitet. Also von dem her, warum sollten sie es mir jetzt nicht gleich vor die Tür hinstellen, wenn es für sie eine Zeitersparnis ist. Sie haben einen kürzeren Weg und ich arbeite auch was davon. Mit dem organischen Material kann ich halt fruchtbaren Boden aufbauen, indem ich Mulche oder auch gleich Kompost ansetzen. Also warum diesen Vorteil nicht mitnehmen? Meine Pflanzen wachsen halt dadurch besser, da ich ja das Boden nehme, füttere die Kleinstlebewesen überall dort, die Mikroorganismen. Und durch die Endozytose nehmen dann die Pflanzen, die Mikroben auf, bekommen hier so ihre Nährstoffe und wachsen dann einfach besser. Hier bei der ganzen Pflanzen-Nahrung und Pflanzenversorgung, das Buch von Perven Palmer Esche, Humosphäre, kann ich nur sehr empfehlen, um zu wissen, wie Pflanzen sich denn wirklich ernähren. Link in der Videobeschreibung. Durch das organische Material baut sich viel schneller Humus auf. Dieser kann Nährstoff und auch Wasser viel besser speichern. Wenn ich dann noch Pflanzenkohle hinzugebe, dann erhöht sich nochmal diese Speicherkapazität um einig. Und die Pflanzenkohle kannst du ja auch selber herstellen mit Hilfe eines Pyrolyse-Verfahrens. Und dabei kannst du ja die Äste zum Beispiel nutzen, die du bekommst von deinen Nachbarn. Durch den Mulch wird der Boden vor Sonnen- und Windeinflüssen geschützt und dadurch trocknet er viel lamsamer aus. Und im Winter wird der Boden dann auch noch von Frost geschützt. Hast du auch die Schnauze voll, deine Beete anstrengend umzugraben, damit die wieder aufbereitet und locker sind? Kein Problem, da kann dir das Mulchmaterial auch Abhilfe schaffen. Denn durch das Bodenleben, durch die Regenwürmer schaffen die dir sozusagen diesen krümeligen Boden. Und du musst auch nicht mehr richtig umgraben. Das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, wenn ein Beete vorbereitet ist, dass ich mit einer Grabgabe reinsteche, ein bisschen Sauerstoff dann im Boden mit reinbringe, ordentlich Mulche. Und das Bodenleben sorgt dann dafür, dass im nächsten Jahr im Frühjahr alles gut umgesetzt wird und ein krümeliger Boden dann entsteht, wo ich dann sehr schön gleich reinpflanzen kann. In Zeiten von Inflation, wo die Preise auch explodieren können, beschweren sich ja die Leute, dass alles teurer wird. Und auch die Erde und auch der Dünger bleibt davon nicht unberührt. Und da kannst du ja auch hier wieder Abhilfe schaffen in Form von Mulch, weil du halt hier mit dem Dauerhumus gleich den bioverfügbaren Dauerdünger bei deinen Pflanzen auch hast. Seit gut sechs bis sieben Jahren habe ich mir keinen einzigen Dünger gekauft, sondern einfach hier immer mit den verschiedenen Mulchmaterialien gearbeitet. Und das hat für ein gutes Pflanzenwachstum auch gerechnet. Auch die minderwertige Erde aus dem Markt nutze ich nicht mehr. Ich mache hier meine eigene gute Erde in Form von Kompost und ich hole mir da deswegen extra sehr viel organisches Material von außen herein. Wie gesagt, von Leuten, die es ja sowieso wegwerfen will und verkompostiere das dann auch einfach. Hochbeetfüllungen, meine Anzuchterde und ein bisschen Power für meine Beete parat, ohne dafür richtig Geld ausgeben zu müssen. Worauf achte ich beim Mulchen? Ich nutze sehr gerne Holzhack, um halt hier sehr viele verschiedene Pilze mit anzusehen, die halt nochmal das Pflanzenwachstum um einiges verbessern. Und Holzhackschnitzen hat halt sehr hohen Kohlenstoffanteil. Das heißt, ich baue dann anderes Material, stickstoffhaltigeres, um halt das wieder auszugleichen, damit halt hier die Pilze und die Mikroorganismen arbeiten können. Und da nutze ich halt dann sehr gerne sehr viel Graschnitt. Schafswolle kann man auch sehr schön nutzen, hat auch einen hohen Stickstoffanteil. Hier in diesem Beispiel sorgt das Holz für eine sehr schöne Bodenstruktur. Ich glaube, jeder kennt das mal, wenn man so einen Graschnittkompost mal angelegt hat, das wird alles pampig, matschig und fängt auch an zu schimmeln und stinkt dann auch dementsprechend. Und das möchte man nicht unbedingt haben. Wenn wir Graschnitt zum Mulch nutzen, ist es halt sehr wichtig, es trocknen zu lassen, wenn wir es schon direkt auf die Beete rauflegen, halt eine dünne Schicht drauf machen. Oder man macht halt gleich einen Grasbukashi, den man zum Beispiel das Gras in einem Ölfass zusammenpresst und wie Bukashi fermentieren lässt. Jetzt im Herbst wird auch bald jede Menge Laub anfallen. Und das werde ich auch meinen Beeten zugutekommen lassen. Denn Laub ist ein sehr guter Humusaufbauer. Und die Insekten, die verkriechen sich auch gerne unter das Laub, weil es halt auch wie eine Isolation wirkt. Und da finden sie halt Schutz in den kalten Jahreszeiten. Nur aufpassen vor Laub mit einem hohen Gerbstoffanteil, beispielsweise von Nussbäumen wie Walnüsse. Das bitte maßen nur in deine Beete mit reinbringen. Das kannst du dann wahlweise in einem separaten Kompost auch machen. Und das mischen mit Hühnermist und hier einen Berkeley-Kompost machen, also einen Kompost mit Heißrott. Der wird dann ordentlich heiß und verrottet sehr schnell. Und das kannst du dann in deinen anderen Kompostmeiler oder gleich in die Beete mit einarbeiten. Video dazu habe ich auch schon erstellt. Werde ich hier oben in der Infobeschreibung verlinken oder unten in der Video. Mein Lieblingsmist, den ich bei mir im Garten nutze, ist der von Pferden, weil der halt sehr schnell an Schärfe verliert. Über dem Winter mit Laub kann er in den Beeten sehr gut umgesetzt werden. Beim Hühnermist ist es halt so, warum ich da zum Beispiel den Berkeley-Kompost vorschlage, ist halt, weil der sehr lange scharf bleibt. Da mache ich halt mal extra Kompost, der halt gut zwei bis drei Jahre lang. Wichtig beim Mist ist, dass die Tiere keine Medikamente nutzen und die letzte Entwurmung oder solche Kuren dann schon ein paar Wochen zurückliegen. Wenn du Stroh zum Mulchen nutzt, solltest du darauf achten, dass der unbehandelt ist, weil da gern Wachstumshemmer mit ausgebracht werden. Und diese können auch das Wachstum von deinen Pflanzen dann hemmen. Stroh hat auch schon wieder einen hohen Kohlenstoffanteil. Von daher würde ich den auch wieder mit etwas mischen, was sehr viel Stickstoff hat, zum Beispiel Heu oder auch Grasschnitt. Und das ist halt allgemein wichtig beim Mulchmaterial. Die Mischung macht es, das mache ich immer sehr gerne. Ich werfe von mir alles kreuz und quer rum. Holzack, Laub, Grasschnitt, also immer das, was halt gerade anfällt, was mir auch die Nachbarn oder andere hier in meine Permakultur bringen. Das ist halt wie beim Kompost und dadurch bekommst du halt sehr schnell einen humusreichen, strukturierten Boden. Leicht einarbeiten tue ich hier die Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl oder auch den Bokashi. Beim Bokashi einfach so, den nutze ich halt ungern als Mulch, weil halt dann die ganzen Mikroorganismen dann oben an der Sonne sind. Die sind UV-empfindlich und würden dann kaputt gehen. Deswegen grabe ich den halt eher so leicht ein oder arbeite den eher leicht. Wie schaut es bei dir aus? Welchen Stellenwert hat Mulch bei dir? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare und hier an der Seite findest du noch zwei weitere spannende Videos zum Thema Permakultur oder auch zur Gesundheit.